Hey Leute, heute gibt es selbstgemachtes Dressing. Das geht ganz unkompliziert und einfach. Ihr braucht 4 Esslöffel Naturjoghurt, ihr könnt auch Skiern nehmen oder selbst Quark geht. Also egal was ihr da habt, ihr könnt es verwenden. Dann gebe ich noch 2 Esslöffel Öl hinzu, 1 Esslöffel Essig. Wer kein Essig mag, nimmt einfach Zitrone, etwas Salz, Pfeffer und 1 Esslöffel Tomatenmark. Wer gerne American Dressing isst, sollte auf jeden Fall noch etwas Süße mit in die Schüssel geben. 1-2 Teelöffel Zucker oder Honig, was auch immer ihr gerade zur Hand habt. Und dann noch etwas Wasser aufgießen, umrühren und wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, ist euer Dressing fertig. Probiert es aus, ich hoffe es schmeckt euch genauso gut wie uns. Guten Appetit!